Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir werden gar nichts mehr von dem Spiel zeigen, weil, ja, ihr wisst selber, das Spiel ist einfach verbuggt, scheiße und sucht euch sonst noch 20 andere Gründe, ich hab'se. Das Spiel ist einfach dermaßen für den Arsch. Fangen wir mal an mit dem Netscode, der schon mal eh nicht zu beheben ist, sodass er zufriedenstellend wäre, sodass das Problem zufriedenstellend wäre. Dann die ganzen Patches, die absolut gar nichts brachten, das Spiel nur noch schlimmer machten. Es ist einfach alles verbuggt, dann kommen wir mal dazu. Die Waffen haben ja alle dieselben Werte. Also 5 Sturmgewehr haben annähernd dieselben Waffenwerte, obwohl die komplett andere Typen sind, die komplett sich anders verhalten müssen. Da bringt's mir nichts, wenn es 50 Waffen gibt, wenn sich 40 davon exakt gleich spielen lassen. Das ist sinnlos. Und genau das haben sie gemacht. Das waren gute Ideen, die sie gemacht haben mit diesen Waffentarnungen und anderen Tarnungen für die Fahrzeuge und so. Das ist alles ganz toll. Aber das bringt mir nichts, wenn das Spiel an sich eh schon scheiße ist und sich die Waffen scheiße spielen lassen. Versteht ihr? Das bringt sonst nichts. Ich bin auch ein Fan. Ich spiele sehr gern mit Waffentarnungen. Ich liebe es. Ich mag am liebsten Waffentarnungen, was weiß ich. Ich find's langweilig, die Waffe so zu spielen ohne Tarnung. Aber das bringt mir nichts, wenn das Spiel scheiße ist. Da können sie so viele Kleinigkeiten gut machen, wie sie wollen. Das ändert dann nicht, dass das Spiel nicht besser wird dadurch. Von den Maps mal ganz abzusehen. Gut, die Maps sind, naja, ich sag mal vorsichtig, okay. Es gibt einige, die sind ganz okay. Es gibt meiner Meinung nach vielleicht eine gute. Das wäre meiner Meinung nach noch Gollmut-Bahn, obwohl die auch schon wieder, naja, so leicht Richtung Mädel nach vorne geht und da krieg ich die Krise. Nee, also das Spiel ist, äh, ja gut, Maps, fahren wir mal weiter hier. Äh, wer jetzt sagt, er findet Operation, äh, hier, wie heißt's, ähm, Operation, äh, aber jetzt hältst du mich mal ein, die Gefängnis-Map da eben. Die ist ein dermaßener Dreck, das gibt es nicht. Ein dermaßener Dreck. Also ich weiß nicht, wie Leute die Map gut finden können, tut mir leid, dafür fehlt mir echt jedes Verständnis. Die Map ist billig, einfach dumm, idiotisch, man hat keine Chance. Weil die überall campen mit ihren Granaten und Granatwerfern und M26-Mess, gerade, ähm, Schrotflinten, Waffen, was weiß ich. Es ist einfach unspielbar. Dann kommen wir zu den anderen Maps, na gut. Opt, äh, optisch ist hier die Map, ähm, die mit dem Hotel da, äh, die in den Tropen da, würde ich sagen. Diese ist ja optisch ganz gut, aber auch taktisch kacke. Da kannst du sie so nicht spielen. Das einzig Tolle ist das Hochraschoffen, wo man runtersnipen kann. Aber bei 16, 32 Leuten im Spiel findest du auch keinen, mit denen du mal killen kannst. Ähm, kommen wir nochmal kurz zu den Snipern. Da muss ich wenigstens mal ein Pro da lassen, und zwar für die, ähm, SRR, kurz Intervention, die wohl jeder kennen wird. Äh, die macht ja ab Brust aufwärts, glaube ich, One-Shot-Kill, soweit ich weiß. Zumindest ich hab's ja, und ich komm mit der wirklich super zurecht. Die geht ab, aber ansonsten, das war's auch. Dann die zwei Maps, die ich am meisten hasse. Shanghai, von der Beta, absoluter, kompletter Dreck, kann man komplett wegschmeißen. Zweite Map, ich muss kurz überlegen, ja gut, die Operation hier, ähm, ja, Lockhand, keine Ahnung, wie sie heißt. Du wirst schon, was ich meine. Ja, gut, im Hintergrund übrigens seht ihr ein Battlefield-Rile-Gameplay, das ich neulich aufgenommen hab. Jetzt mit meiner 100.000er-Leitung, ja, und mein 2.670, läuft das, äh, extrem flüssig auf 120, 130 FPS. Und, ähm, auch vom Internet her ist der Ping super, man merkt, man merkt wirklich den Unterschied, dass man viel schneller am Killen ist, dass man viel schneller reagiert. Auch, wenn du dich umdrehst, und da ist ein Gegner, knallst du den sofort ab, und der kann gar nicht mehr reagieren, der bringt vielleicht noch einen Schuss maximal los. Also, da merkt man wirklich einen starken Unterschied, das seht ihr auch im Ergebnis zum Schluss. Das dürfte meiner Meinung nach, glaube ich, zum Schluss eine 44-15er werden, also eine knappe 3er-Quote. Und ja, dann kommen wir mal zu Battlefield 3, davon werde ich in den nächsten Tagen, Wochen, sicherlich auch einige Gameplays, Let's Plays machen. Das Spiel lässt sich ja wieder super spielen. Benni und ich haben uns dann gedacht, er vergisst Battlefield 4, und jetzt hat er ja eine SSD und hat dann gesagt, er macht Battlefield 3 drauf. Was mich sehr gefreut hat, denn jetzt habe ich wieder einen zum Zocken. Und ja, Battlefield 3 läuft wirklich super seit den letzten drei Tagen, wenn wir es gespielt haben. Also einwandfrei, keine schlechte Runde, beide Zweier-, Dreier-Quoten oder besser. Auch gute Maps, wo ich sage, wenn ich auf den Maps sonst gespielt habe, die sind ja eigentlich ganz geil. Ich meine, im Prinzip ist ja in Battlefield 3 fast jede Map eigentlich schon geil. Ich sage nur kurz, Epizentrum, die ist geil gestaltet, weil ich da wieder sagen muss, Aftermath war ein Drecks-DLC, aber zwei Maps waren doch ganz okay. Davon eine, Epizentrum, die andere war, glaube ich, ne, Azadi-Palast, fand ich scheiße. Ähm, gut. Und naja, wie gesagt, äh, du musst halt in einem guten Team sein, guten Server, guten Ping. Und, äh, da hast du einfach diesem Spiel ein dermaßen geiles Gefühl. Du bist so richtig mittendrin, das merkt man selber. Du bist so richtig mitten in der Schlacht drin, im Gefecht, wie überall alle schießen. Du hast das Sniper, kämpst hier, was heißt kämpst? Na, hockst da auf einer Treppe und holst dir sieben Leute am Stück, die da oben versuchen, die Treppe runterzukommen. Also, das ist jetzt bei Epizentrum, ne, das hat dermaßen Spaß gemacht und selbst mit billigen Waffen, wo ich dachte, mit der mache ich doch keine Kills, hatte ich eine 9-1. Erstens mal, klar, wegen der guten Quote und wegen dem geilen Teamplay, das man hat, weil ich wirklich die letzten Tage wirklich immer gute Teams hatte, da hatte ich schon Glück. Meistens ist es ja so, dass man selber in einem schlechten Team ist, das null Teamplay hat und, ja, wie ihr es halt kennt. Aber diesmal hatte ich wirklich Glück. Und natürlich, wenn man eben mit einem Kumpel zockt, hat man eben dementsprechende Unterstützung. Und was ich auch immer oft mache, was heißt, was ich immer mache in Team Deathmatch, ich spiele zu 90 Prozent bei Team Deathmatch Assault. Also hier ein Sanitäter, aufklärer, was glaube ich denn, Soldat, Sanitäter, ja, ein Sold auf jeden Fall. Und ich, ja, wiederbelebe die ganzen Leute halt, die tot sind, wieder, versuche immer hinzukommen. Teilweise ist es mir schon so wichtig, dass ich sage, ich nehme dafür lieber einen Tod in Kauf, Hauptsache der Kamerad wurde wiederbelebt. Weil ich denke, wenn der jetzt wiederbelebt wird und nicht gekillt wird, aber ich bin halt tot, dann macht der vielleicht noch zwei, drei Kills. Und somit wäre der jetzt eigentlich tot, wisst ihr, was ich meine. Und da finde ich wirklich, mache ich gute Arbeit, wiederbeleben geht vor Kill. Und ich sage mal, gut, mache ich mal vier Wiederbelebungen hinteneinander und dann läuft die Sache. Und das spart schon wieder mal vier Kills, die die Gegner eben nicht haben. Und das ist schon wirklich effizient. Und daneben bei rushe ich halt noch schön durch, knalle die ganzen Gegner von vorne, von hinten ab, von oben, von überall. Am besten auf Noshar-Kanäle, aber auch auf Sane-Überquerungen, wo eh das Let's Play noch kommt. Wo ich mich leider entschuldigen muss dafür, dass mein Mikro recht leise war. Das kann ich auch noch kurz erzählen. Ich musste die letzten Wochen, vielleicht sogar Monate, mit Nvidia Shadowplay aufnehmen, da mein DX Story nicht funktioniert hat. Das Problem ist bei Shadowplay, man kann ja die Lautstärken vom Mikro und Gameson und so weiter nicht regeln. Und jetzt ist halt automatisch das Mikro immer ein bisschen leiser und man versteht es eben nicht vom Gamesound heraus, die Stimme ist einfach zu leise. Und das Gute bei der X-Store, du kannst dir das alles einzeln regeln, du kannst die einzelnen Audiospuren extrahieren und kannst dir eben, ja gut, machst halt mal die Mikro-Soundspur auf 200% und lässt dir die Gamesound auf 75% und schon hast du das Mikro schön laut, den Gamesound hörst du noch gut und der, der mitspielt, meistens Benny, den hört man auch immer noch ganz gut, das ist meistens eh lauter als ich, wenn ich jetzt mit Shadowplay aufnehme. Und ja, und das konnte ich eben nicht machen. Jetzt, heute habe ich erst herausgefunden, woran es lag. Es lag nicht an der X-Store, weil da irgendwie so ein Farbfehler war. Es lag an VLC Media Player. Na gut, jetzt kann ich ja wieder mit der X-Store aufnehmen. Positiv muss ich noch von Shadowplay sagen, dass es eine sehr gute Qualität hat. Man kann es immerhin im VLC wiedergeben, ist ja eine MP4-Datei. Bei AVI, die sind ja, sagen wir mal, zu groß, um die vernünftig wiederzugeben. Man muss immer wieder buffern und ja, kannst du dir wenigstens das vernünftig anschauen. Wie gesagt, die Qualität ist super. Das Dumme ist, du musst es jedes Mal starten, GeForce Experience und dann Shadowplay anmachen, nach jedem Neustart, das nervt mich ein bisschen. Und naja, auf jeden Fall werde ich jetzt wieder mit der X-Store aufgenommen. Das ja eigentlich super funktioniert. Und ja, das hat vor allem Vorteile vom Hören, wie gesagt. Auch von der Qualität mit dem Laguerreth Lossless Codec nehme ich ja auf. Genau. Und ja, soviel also mal dazu, auch zu Battlefield 4. Wie gesagt, das wollte ich hier in dem Video mal klarstellen, dass ich das Spiel einfach nicht mehr spielen werde, nicht mehr Let's Playen werde. Und für die Leute, die halt fragen dann, warum, soll das ja als Erklärung dienen und als Argument. Ich hoffe, ihr versteht das. Mir ist es echt relativ egal, das Spiel. Ich habe einfach keinen Bezug zu dem Spiel dermaßen. Null. Wenn ich sage, ich bin in Battlefield 3 Level, also 45 Ränge gibt es ja. Und dann gibt es ja noch die Adler-Ränge, die gehen ja bis 100 dann. Also 145 Ränge. Und ich bin jetzt Adler 46, also Rang 101 von 145. Ja, genau bin ich. Und da bekommt man ja nichts mehr. Es ist eigentlich sinnlos, dann weiterzuspielen. Für die, die nur Erfolge wollen und was freischalten. Die können ja ab Rang 45 aufhören. Aber selbst Battlefield 3 spielt sich und macht super Spaß und bockt einfach super, auch wenn man gar nichts mehr zum Freischalten hat. Was eben Battlefield 4 noch anstand. Da war ich ja erst Rang 36 oder so. Und es gibt jetzt auch schon wieder über 100 Ränge. Und da habe ich zum Beispiel einen Kumpel, der ist schon Rang 112. Da dachte ich mir, komm, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich meine, der mag vielleicht gut sein. Der hat eine 2,3er-Quote. Das ist ja verdammt gut. Aber trotzdem, das Spiel ist einfach scheiße. Es macht keinen Spaß. Und wenn man sich jetzt nochmal Ghosts anzieht, dass noch der alle nochmal der größte Dreck ist. Also, sorry, wo soll das noch in Zukunft hinführen mit den Spielen? Jetzt machen ja alle einen riesen Hype über Titanfall oder Titanfall. Ich sage immer Titanfall. Warum soll ich Titanfall sagen? Hört sich ja bescheuert an. Auf jeden Fall kostet das Spiel auch 60 Euro, obwohl es nur Multiplayer ist. Mit KI-Geggern natürlich auch. Aber trotzdem, dann kommt noch von Origin die Meldung hier. Glaube dem Hype. Oh, glaube dem Hype natürlich. Also ne, bei sowas kann ich echt ausrasten. Hauptsache das Spiel schön in der Werbung und schön dafür werben, schön hochpushen. Weil sie halt genug Geld dafür ausgeben. Es gibt andere Spiele, die sind besser, viel besser. Und für die wird halt nicht so viel Werbung gemacht. Letztendlich kaufen das auch nicht so viele. Also letztendlich kommt das auch auf die Werbung und auf die Verpackung an. Es gibt so viele Dreck-Spiele. Hauptsache das Bild oder der Titel ist geil. Und dann glauben schon alle, das wird ja bestimmt geil. Da weiß das der größte Schrott. Und so ist es eben heutzutage. Das ist, also echt, ich meine Gott, ich habe noch bis vor ein paar Monaten, habe ich noch Bad Company von 2010 gespielt. Weiß ich meiner Meinung nach noch immer nach. Neben Battlefield 3 das beste Battlefield ist. Macht einfach Spaß. Ist vielleicht nicht so, hat vielleicht nicht so viele Waffen, nicht so viele Möglichkeiten, Fahrzeuge und so weiter. Aber es war noch was Wahres. Es war einfach noch ein richtiges Spiel, das gut lief und super Spaß gemacht hat. Wenn ich mir Ghost angucke, das habe ich mal kurz ein, zwei Runden gespielt. Ich habe es mir nicht gekauft, nur mal so. Das wäre mir auch zu dumm. Nee, aber ich habe es schon mit einem Freund zwei Runden gespielt. Nein, das geht einfach nicht. Erstmal dachte ich mir, die Grafik, das ist ja ein Witz. Da war ja gut, mussten sich die Texturen erst ein bisschen aufbauen. Da dachte ich schon, gut, wenn das jetzt die Grafik wäre, dann würde ich ja erst recht ausrasten. Aber das war gut, die Grafik ist trotzdem scheiße. Auch nachdem sich die Texturen wieder aufgebaut haben. Es spielt sich auch total kacke und so ist es mit Battlefield 4 auch. Ich sage, Battlefield 3 ist zurzeit das Einzige, was ich online noch so spiele. Und halt mit meinen Kumpels GTA EFLC, mit ein paar Mods drin, aber das hängt mir auch schon zum Hals raus. Es gibt halt zurzeit wirklich noch sehr, sehr wenige Spiele, die rauskommen. Ich weiß, zukünftig habe ich schon vor mir, ich bin zumindest an Tom Clancy's The Division interessiert. Auch an Mad Max, Dying Light auch. Das hört sich alles sehr interessant an. Was kommt noch? Ja, GTA 5 hoffentlich für einen PC. Ich hoffe mal im Sommer, spätestens. Gut, oder vielleicht auch im Herbst. Aber das sollte unbedingt rauskommen und auch mit viel besserer Grafik. Dann bist du mit dem Spiel schon mal wieder zwei Jahre beschäftigt. Wenn man sich umschaut, wie groß die Map ist, was man da wieder alles tun kann. Und das ist halt so ein riesen Hoffnungsschimmer am Ende des Horizonts. Auf das Spiel warten wir eben alle. Ja, ansonsten, was haben wir denn noch? Ja, Watch Dogs kommt noch raus. Gut, davon bin ich jetzt weniger begeistert. Es mag sicherlich interessant sein, aber wo kaufen werde ich es mir? Deshalb wahrscheinlich nicht. Ja, und mit Flow habe ich jetzt ja auch geplant, dass wir wieder weitermachen beim Landwirtschaftssimulator. Jetzt haben wir zwar keinen eigenen Server mehr, aber das werden wir halt jetzt normal über den Landwirtschaftssimulator Online-Modus machen. Über den normalen Server und auch Minecraft wieder schauen, was sich da wieder machen lässt. Ihr wisst ja, ich habe meine zwei Schlachtschiff Bismarck-Varianten in Minecraft gebaut. Da habe ich mir überdacht, heute mit den Versprechern, tut mir leid. Habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht die Tierputz, das Schwesternschiff der Bismarck, auch noch mache. Natürlich werde ich das nicht von neu aufbauen, weil es ist fast identisch bis auf die Tarnung und vielleicht einen Meter länger, viel anders. Viel mehr werde ich daran nicht ändern. Und dann werde ich die auch mal auf eine Map bauen mit allen drei Schiffen, Informationen, die werde ich euch dann auch zum Download freigeben und hochladen, dass ihr die dann runterladen könnt. Und habe auch vor, weil mich viele Leute angeschrieben haben, was es für Möglichkeiten gibt mit diversen Mods, dass man zum Beispiel auch mit den Schiffen gegeneinander antreten kann, dass die Schiffe auch irgendwie schwimmen können dann. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, auf jeden Fall auch mit Mods. Und dass man die auch, glaube ich, so eine Art Deathmatch oder so jetzt machen kann. Und das wollten andere auf der Bismarck veranstalten. Also da fühle ich mich echt geehrt, dass meine Bismarck so vielen Leuten gefällt. Und vielen Dank nochmal für die Anteilnahme, für die Bedankungen. Das gibt einem echt Mut und es ist halt einfach angemessen. Es hat lange gedauert und man freut sich halt, wenn man selbst stolz ist darauf und dann von anderen auch so viele tolle Meinungen bekommt und lauter positive Kritiken. Und wie gesagt, da wollen wir auch eventuell mit anderen Abonnenten und so weiter ein bisschen was machen in Minecraft. Wie gesagt, eben zum Beispiel Deathmatch auf der Bismarck. Da müssen wir uns noch genauer darüber unterhalten, wie das aussieht. Und eben mit dem Landwirtschaftssimulator wieder weitermachen. Muss halt noch alles installiert werden. Die Mods habe ich schon. Für Minecraft wird das wieder ein bisschen schwieriger. Das ist ja schon über ein Jahr her, seit ich das das letzte Mal gespielt habe. Weiß gar nicht mehr, wie das mit den Mods und so weiter funktioniert. Da hoffe ich dann mal, dass das alles klappt. Und ja, ich denke mal so, ab nächster Woche könnt ihr dann mal mit dem ersten Landwirtschaftssimulator-Let's Play rechnen und dann geht es halt da wieder weiter. Minecraft gucken wir auch mal, ob sich da nächste oder übernächste Woche schon was machen lässt. Bis dahin erstmal noch der eine Crisis 3 Part. Und dann kommt noch das letzte Kapitel, Kapitel 7 von Crisis 3. Da bin ich derzeit noch am Arbeiten. Das werde ich jetzt die nächsten Tage auch noch let's playen. Dann ist das alles mal abgeschlossen. Race Driver Grid ist jetzt übrigens auch abgeschlossen. Das mag ich gar nicht, wenn man Projekte hat, wo man sagt, ja, die haben jetzt mal kurz auf Eis gelegt. Werden aber da nie abgeschlossen. Zum Beispiel mit den Grid Gameplays. Die mögen zwar vielleicht nicht viele Leute ansehen, aber ich habe mir halt da Mühe gegeben und habe die halt alle aufgenommen und wollte die dann schon noch alle hochladen. Und das habe ich auch vier, fünf Monate dann liegen lassen und dann dabei kamen dann noch sechs Gameplays oder so. Und das ist jetzt dann eben abgeschlossen. Bald ist dann auch Crisis 3 abgeschlossen. Dann steht jetzt eben noch an. Das werde ich auch die nächste Zeit noch machen. Battlefield 3 ist das Einzige, was ich eben zurzeit spiele. Das Einzige, was zurzeit richtig Spaß macht. Deswegen werdet ihr da noch einiges sehen. Eben mit Minecraft dann zukünftig. Landwirtschaftssimulat auch zukünftig. Muss ich mal überlegen, was haben wir denn sonst noch so? Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Jetzt muss ich mal kurz auf meine Liste gucken. Ja, genau. Wir hatten ja neulich dann noch ein oder zwei Missionen aus Crisis 3. Äh, sorry, Far Cry 3. Koop-Kampagne habe ich hier hochgeladen. Das haben wir jetzt somit auch abgeschlossen. Und eventuell kommen noch ein, zwei Videos von GTA EFLC. Weil da habe ich Mod-Maps und Mod-Fahrzeuge installiert. Und das funktioniert alles ganz gut. Und da werde ich eventuell auch mal so ein paar, ja, Let's Shows oder wie man das halt nennt. So mit ein paar Fahrzeugen herzeigen und so ein bisschen rumfahren auf den Maps. Und vielleicht wird vielleicht auch noch ein bisschen was kommen. Gucken wir mal weiter. Genau, was Großes habe ich vergessen. Ich habe, zumindest habe ich es vor. Ich kann es aber noch nicht hundertprozentig versprechen, ob ich es auch machen werde. Zumindest, ob ich es auch beende. Am Anfang ist ja das immer so eine Sache. Aber dann auch noch die Reihe beenden, das ist dann die andere Sache. Metro Last Light, das gibt es ja auch schon wieder knapp im Jahr. Das ich, wann habe ich mir das gekauft? So glaube ich, Januar, ja. Im Januar habe ich mir das gekauft über Steam und habe es bis jetzt nochmal kurz angespielt. Und gleichzeitig auch Metro 2033, das habe ich bereits durch. Und habe mir dann eben vorgenommen, dass ich Metro Last Light komplett durchletzplayen werde. Auch Walkthrough eben machen. Für alle, die sich daran interessieren. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das nicht sehr viele Leute angucken werden, da das Spiel eben schon wieder über ein Jahr alt ist. Aber egal. Uns geht es ja nicht so um die Aufrufe, natürlich mitunter schon. Wir wollen ja ordentlich Feedback bekommen. Aber wie ich jetzt in den letzten Tagen sehe, tut sich bei den Abonnenten schon einiges was. Also es wächst jetzt stetig nicht mehr so wie früher ein Abonnent in der Woche, sondern eher einer am Tag. Da bin ich schon froh drauf und bedanke mich auch bei euch, dass ihr uns abonniert und uns unterstützt. Eben durch Abos, Teilen, Favorisieren und Liken. Denn das hilft uns weiter. Wir wollen eben ordentliches Feedback bekommen. Wir wollen Meinungen, Kritiken hören. Was wir verbessern können, was wir gut machen. Oder welche Spiele ihr gerne mal sehen wollt. Oder wo ihr mitmachen wollt eventuell. Zum Beispiel beim Landwirtschaftssimulator haben wir ja schon einige Anfragen bekommen. Und davon werden wir auch ein oder zwei Wünsche erfüllen. Das heißt, dass wir Abonnenten mitmachen können. Denn da ist es wirklich nicht verkehrt, wenn man mal zu dritt die Felder bestellt oder Mähdrescher die Felder erntet. Das macht sicherlich Spaß. Und desto mehr Spieler, desto lustiger und desto mehr kann man auch in kurzer Zeit erreichen. Dazu vielleicht noch kurz eine Information. Wir haben ja, soweit ich weiß, haben wir im letzten Landwirtschaftssimulator Let's Play erwähnt, dass wir die Mic-Map-Zelle nicht mehr spielen. Und dann auf die, jetzt muss ich überlegen, wie hieß die nochmal, MVP-4-Map wechseln. Habe ich mir die dann angeguckt und hat mich nicht so sehr vom Mocker gehauen. Fand ich ein bisschen langweilig. Außer in den großen, schönen Feldern, die sie aber wirklich gut gemacht haben. Fand ich es ein bisschen langweilig. Und deswegen bleiben wir doch bei der Mic-Map-Zelle. Ich hatte auch so ein bisschen Skepsis wegen der Fruchtpreise, weil die da extrem niedrig waren. Habe aber dann vergessen, dass die per Tonne angezeigt wurde. und nicht per Tonne, per Liter angezeigt wurde, nicht per Tonne. Sonst sind es ja 2.000 bis 3.000 pro Tonne. Und hier waren es eben 200 pro Liter oder pro 100 Liter. Und dann kommt das eben klar, dass es nur so wenig ist. Das war auch ein Grund. Aber die Map ist eigentlich Hammer. Die ist groß, die hat super Felder, die hat intelligente Straßen, die ist einfach super gestaltet. Und deswegen werden wir da auch weitermachen. Das nochmal kurz dazu. Dann noch eine kleine Anmerkung zu Battlefield 3. Für alle, die es wissen wollen. Mein, ja, Kit, mit dem ich, oder mit meiner Klasse, wie ich derzeit spiele, spiele ich eigentlich, sage ich mal, die ganze Zeit mit der AEK. Das ist jetzt 971, ich glaube, ja. Im Holo-Visier, Frontgriff und schweren Lauf. Und als zweite Laufel meistens immer eine MP443 oder M9 oder auch eine 1911er, weil die schön Schaden machen. Und wie gesagt, eben meistens immer Assault. Überlegen wir mal, was gibt es sonst noch so zu sagen. Ich mache das hier jetzt ganz spontan, was mir gerade so einfällt. Denn ich hasse es mich ewig darauf vorzubereiten. Und dann kommt eh nicht das raus, was man sich dabei gewünscht hat. Deswegen einfach schön spontan. Und, mein Gott, ein paar Stotterer sind immer dabei. Aber wir sind ja keine Perfektionisten. Und deshalb, glaube ich, beenden wir das Ganze mal. Ich hoffe, das Gameplay im Hintergrund hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall schon. Und ich hoffe, die Informationen, die ich euch eben vorgetragen habe, waren hilfreich. Und, ja, haben euch ein bisschen wieder einen Überblick verschafft, was wir jetzt derzeit so planen, was wir so machen, wie es weitergeht bei uns. Und bis dahin, wir sehen uns im nächsten Let's Play, Commentary oder so. Bis dahin, servus, euer Marif von Wolfshudel.